Jo meine Freunde, was geht ab? Herzlich Willkommen bei den XRP Bros. Ja Leute, neuer Tag, neue News, XRP News, XRP Deutschland, die Familie, auch um Ostern, Ostern, alle Feiertage sind wir natürlich wieder mal am Start, es ist so, Ostern trifft man sich mit der Familie, da wir eine Familie sind, treffen wir uns, so einfach ist das Leute, wir schauen uns alles an, der digitale Euro, er kommt, er kommt immer näher und es ist fast schon safe, dass Whipple mit am Start ist, wir haben immer mehr Beweise, wir haben euch letztes Mal schon einige gezeigt, heute zeigen wir euch noch mehr rund um den digitalen Euro, abgesehen davon, Jeremy Hogan hat sich auch geäußert, er ist der Meinung, wenn Whipple gewinnt und er meint, Whipple wird gegen die SEC gewinnen, wird Whipple auf jeden Fall der glückliche Gewinner sein und die SEC wird definitiv keine Berufung einlegen, seine Aussagen schauen wir uns auf jeden Fall auch an, abgesehen davon haben wir gesehen, dass Whipple sich schön im Stillen auf jeden Fall mit den Mächten des Bankensystems trifft, ist auch Platin-Mitglied, das schauen wir uns auf jeden Fall an Leute, es ist auf jeden Fall sehr, sehr heiß rund um Whipple und wir schauen uns alles an, würde einfach mal sagen, um uns zwei und vor allem der Familie zu unterstützen, abonnieren wir alle den Kanal, drücken auf jeden Fall auf gefällt mir, in diesem Sinne, rein in die Olga. So Leute, in jeder unserer Videobeschreibung findet ihr einen Link zu BitWaWO. Einfach, sicher und mit Paypal Kryptos kaufen. Meldet euch über unseren Link an und ihr bekommt 10 Euro und die ersten 1000 Euro sind gebührenfrei. Hey Leute, wir von XRP Deutschland wünschen euch alle, wirklich ganz, ganz schöne Feiertage, genießt auf jeden Fall die Zeit mit eurer Familie und ich würde sagen, ja auch an Ostern, wie es Sina gerade schon gesagt hat, gibt es hier die XRP News, wir haben wirklich sehr, sehr geile News gefunden und ich würde sagen, wir fangen auf jeden Fall mit den SEC News an und zwar haben wir einen Tweet hier von Ashley Prosper und hier wird getweetet, die SEC hat die Veröffentlichung von Dokumenten im Zusammenhang mit JP Morgan, Ripple und XRP erneut verschoben. Sie sagen jetzt Ende März, in Klammern verdächtig. Ja, die SEC ist wieder mal verschieben Leute, ich weiß nicht warum, es ist alles schon safe gewesen, die Dokumente sollten abgegeben werden und die Öffentlichkeit und 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 alle warten auf die Dokumente und die werden einfach nicht gezeigt. Die haben jetzt wieder mal alles verschoben und das ist heftig, ist das. Ja, wir wissen ja, dass gerade die Hinman-Dokumente, dass die ja endlich veröffentlicht, oder was heißt veröffentlicht, für uns wurden die nicht veröffentlicht, aber für Ripple und die Richterin wurden die quasi veröffentlicht und da bin ich ja immer noch gespannt, wie das jetzt oder was da drin steht und das ist meiner Meinung nach auf jeden Fall auch ein Grund, warum Ripple so hart auch noch am Kämpfen ist und auch nicht auf eine Einigung geht, sondern quasi gewinnen will. Greg Garlinghouse hat es ja wirklich schon mehrmals erwähnt und hier haben wir jetzt in der nächsten News nochmal eine sehr, sehr interessante Sache oder ein Statement von Jeremy Hogan. Wir wissen ja, das ist in der letzten Zeit, haben wir da auch sehr oft drüber gesprochen, dass sich das selbst, wenn wir ein Urteil bekommen mit Ripple und der SEC, dass sich das trotzdem noch alles sehr, sehr lange ziehen kann. Dass wir wirklich, wenn eine Berufung, die SEC in Berufen geht, wenn das andersrum entschieden wird, dass Ripple in Berufen geht, das kann alles passieren und hier, wie gesagt, haben wir ein Statement von Jeremy Hogan, warum das gerade nicht passieren kann. Und hier sagt er, wenn der Richter zugunsten von Ripple entscheidet, glaube ich nicht, dass die SEC Berufen einlegen wird. Der Grund, warum ich das sage, ist, dass es für die SEC keinen Vorteil hat, Berufung einzulegen. Denn wenn der Fall vor dem Berufungsgericht vor den Second Secute geht, hat der Second Secute gegen die SEC entschieden und das wird jetzt zu einem verbindlichen Präzedenzfall werden. Also finde ich das interessant und man muss ganz klar sagen, er ist Anwalt, wir nicht. Und so habe ich auf jeden Fall auch nicht gedacht. Also finde ich auch interessant. Und ja, ist auf jeden Fall eine coole Sache und widerlegt natürlich die Meinung, dass quasi die SEC in Berufen gehen kann. Ja, viele spekulieren ja darauf, dass die SEC in Berufen gehen soll. Aber das sind auf jeden Fall nur Spekulationen. Wie schon gesagt, wir wissen nicht, was die SEC macht. Wir wissen nicht, was Ripple macht. Und werden wir auf jeden Fall sehen. Aber es ist ja so, dass viele, sag ich mal, so unter anderem Bitcoin-Maxis, die gesagt haben, ah, guck mal, ihr seid jetzt, haha, ihr wurdet angeklagt und so und nicht sehen, um was es gerade geht. Es geht ja um so viel in dieses Verfahren von Ripple und der SEC. Da ist alles gefragt. Die ganze Kryptowelt ist gerade auf dem Prüfstand. Und Ripple soll der goldene Held werden. Und dass man Ripple nicht als Freund sieht, sondern als Feind, ist schon meiner Meinung nach zu heftig. Eigentlich sollten wir alle zusammenhalten. Die ganze Kryptowelt sollte zusammenhalten. Aber das ist leider nicht der Fall. Ja, da bin ich auch so ein bisschen mit gemischten Gefühlen drin. Also ich kann das schon verstehen, dass viele Leute Ripple als Feind sehen. Gerade wenn man, oder wie gesagt, XRP, gerade wenn man, sag ich mal, diesen Grundgedanken von Dezentralität, von Krypto sieht. Ich sehe das ja genauso. Bitcoin ist natürlich das Beste für die Menschheit. Ich betone es ja immer wieder. Nur Moral beiseite. Wir wollen hier wirklich verdammt viel Geld verdienen. Und wir können uns einfach nicht anders vorstellen, dass das System, sag ich mal, so etabliert wird. Wir haben da gleich noch sehr, sehr interessante Nachrichten dazu, die unsere Meinung immer wieder stärken, Leute. Und das ist einfach das, was ich euch mitgeben kann. Wir wollen natürlich aus dieser Matrix entfliehen. Und deswegen versuchen wir halt, finanzielle Freiheit zu erreichen und nicht mit der Moral zu gehen. Und hier haben wir einen sehr interessanten Beitrag von der Digital Euro Association. Und wir wissen alle, dass die Digital Euro Association ein Ripple-Partner ist. Gucken wir gleich auch noch mal. Wir können hier nämlich, wenn wir auf Durchsuchen gehen, ganz einfach Ripple eingeben und suchen. Und dann haben wir hier Digital Euro Association kooperiert mit Ripple. Und, sag ich mal, ganz viele Berichte für die Leute, die sich da noch mal für interessieren. Die immer behaupten, das ist eine Theorie, die Leute erzählen nur was. Und gerade hier noch mal, alles Interessante zu CBDCs, wie gerade Digitalwährungen in Zukunft verlaufen können. Ja, packen wir euch auf jeden Fall in die Beschreibung. Ja, für alle, die sagen hier, der digitale Euro wird niemals mit Ripple-Technologie stattfinden. Ihr könnt gerne auf die Homepage des digitalen Euros gehen. Ihr könnt auch euch sämtliche Beiträge im Internet anschauen und selber recherchieren. Wie gesagt, wir haben jetzt auch nichts von Ripple hier entdeckt. Aber wenn man auf ihre eigene Seite eingibt, Ripple, sehen wir direkt, ja, ganz viele Treffer. Und die treffen sich immer wieder. Und abgesehen davon wissen wir auch, dass letztes Jahr mehrmals Ripple Konferenzen hatte, wo digitale Euro auch mit dabei war. Abgesehen davon, wir haben auch aus Jux mehrere Wettbewerbe gemacht und die von digitalen Euro und vom digitalen Dollar saßen auch da. Die saßen auch da. Von Digital Pound, und Euro natürlich auch. Das sind sehr interessante Sachen. Man sieht auf jeden Fall die krassen Entwicklungen. Das muss man ganz klar hier so sagen. Und das ist halt auch einfach so. Man muss sehen, wenn die Partnerschaft da ist, woher holen die sich die Expertise? Wir haben gerade in der Regierung teilweise so krasse Leute, die quasi vorher bei Ripple waren oder auch aus der Regierung, die dann zu Ripple wechseln. Also das ist wirklich teilweise, ist es so extrem offensichtlich, Leute. Es liegt einfach auf der Hand. Ich will keine Gerüchte auf die Welt setzen, aber ich würde auf jeden Fall extra auf Ripple achten, weil Ripple und Amazon, da könnte was richtig Großes werden. Wir wissen Paypal mit Amazon funktioniert nicht und die suchen auf jeden Fall langsam mal eine richtig gute Lösung. Und wenn das alles mit Digitalisierung kommt und vor allem, wenn das alles jetzt mit der Blockchain-Welt kommt, ja, da kann ich mir vorstellen, dass Amazon da ganz, ganz die Flüder schon ausgestreckt hat nach Ripple. Es gibt ja schon eine Partnerschaft mit Amazon Rep Service und Ripple. Und hier haben wir wirklich ein ganz großes Boom. Nein, aber wirklich sehr, sehr interessant. Auf jeden Fall Zentralbanken und digitale Währung des globalen jährlichen DMI-Symposium vom 10. und 11. Mai 2023. Auf jeden Fall ist es ein Forum der offiziellen Währungs- und Finanzinstitutionen und das Symposium befasst sich erneut mit dem Vertrieb und den Anwendungsfällen von digitalen Zentralbankwährungen für Privat- und Großkunden, tokenisierte Vermögenswerte, Einlagen- und Kapitalmärkte, grenzüberschreitende Zahlungen und inländischer Interparabilität. Hashtag XRP der Standard. Und was soll ich euch dazu sagen, Leute? Wir gucken uns die Seite jetzt nochmal offiziell an. Da steht auch richtig groß, platte Partner, Ripple. Und wenn wir uns genau die Seite anschauen. Haben wir hier einmal Partner des Symposiums, da sind dann auch Algorants, Siphyrium. Und hier, wenn wir dann die Mitglieder und die Partner gehen, haben wir hier ganz große Namen. Und da drunter steht Ripple, PayPal, Visa, Swift, Amazon Rap Service. Das ist wirklich, Leute, das ist absolut krass. Das ist wirklich, ich bin sprachlos. Peter Waterhouse, Cooper, das ist alles unglaublich. Da ist sozusagen eine Konferenz, da sitzen nur die Mächtigen rund um das Geschäft. Und da sind Ripple, nebenan Visa, daneben Swift, PayPal, ja, Mastercard, wie wir hier sehen, das Zeichen. Die sitzen alle zusammen da und machen kurz mal eine Konferenz. Und wenn wir uns das hier genau anschauen, da sind Leute von Scheiß bis Asiaten bis Amerikaner und hast sie gesehen, alle zusammen an einem Tisch und klären die Sachen. Die komplette Finanzelite. Wir kennen alle das World Economic Forum, wo auch Ripple als Partner ist, die sehr, sehr viele Entscheidungen, sag ich mal, treffen. Ich meine, die Leute, die sich da ein bisschen mit auseinandersetzen, die wissen Bescheid. Die anderen, die es nicht wissen, macht euch mal ein Bild drüber, informiert euch mal ein bisschen über solche Organisationen, solche Foren. Und hier haben wir noch mal ein Wikipedia-Eintrag und hier steht noch mal das offizielle Monetary und Financielle Institutionsforum. OMFIF ist eine unabhängige Think Tank-Organisation, die sich mit Zentralbanken, Wirtschaftspolitik und den öffentlichen Investitionen befasst. Also wirklich, ja, eine ganz, ganz große Größe in der Branche. Und ja, Ripple ist an Bord, Leute. Ich weiß, dass der eine oder andere jetzt sagen wird, ja, aber das ist doch nicht gut, wenn die sich alle treffen und da sind die Banken, die wollen das alle ausrufen, Rotten und sowas alles. Leute, kann durchaus sein, aber wir haben immer noch ein Investment hier, wir haben in etwas investiert, wo wir glauben, das könnte Geld machen und ob wir das gut finden oder nicht, wie vorhin Luis schon sagte, ja, wir sind nicht der Meinung, dass das alles cool ist, aber wie gesagt, wir haben ein Investment gemacht, wir wollen Geld schüpfen, wir wollen an der Insel liegen und dann können wir immer noch mit unserer Kohle was Gutes machen. Genau, das ist auch immer das, was man sich hier in den Hinterkopf behalten kann, lieber versuchen, Geld rauszuziehen und seinen Vorteil durchzuziehen. Wir haben nur dieses eine Leben und meiner Meinung nach haben wir hier eine Chance, die wir damals nur mit dem Internet haben, also das generell mit Krypto und natürlich nicht nur mit Ripple, es wird auf jeden Fall alles verändern, Leute. So, kurz und knackig auf jeden Fall habe ich eine Nachricht gekriegt, der liebe Marcel wartet auf uns, wir wollen ein Interview mit dem Marcel von Krypto Gang aufnehmen, das kommt, denke ich mal, die Tage jetzt, wir nehmen das gleich auf, wir haben hier sehr viele Fragen, hast du so einen Zettel da? Ja, eure Fragen haben wir und da werden sehr interessante Fragen, ich weiß auch schon, was ich fragen werde, ich werde auf jeden Fall auf XRP eingehen und danach die Top Coins können wir fragen, seine persönlichen Top Coins und ich will auf jeden Fall so einen Geheimtipp von Ihnen, vielleicht hat der ja so ein Normaktipp. ich bin gespannt auf jeden Fall, wir werden es auf jeden Fall sehen, folgt auf jeden Fall, unseren Kanal, damit ihr es nicht verpasst, Leute, ne? Ja, auf jeden Fall und dann schauen wir uns gleich mal an, was der liebe Marcel zu sagen hat, ne? Ein bisschen rauskitzeln beim Verhör, das wird bestimmt lustig mit den jungen Mannen. Ja, ich würde einfach mal sagen, um uns zwei und vor allem der Familie zu unterstützen, abonnieren wir alle diesen Kanal, drücken auf gefällt mir. Ja, schreibt doch mal in den Kommentaren, was ihr von diesem Video haltet, ne? Von den meiner Meinung nach sehr, sehr geilen News, wie gesagt, schreibt es mal in den Kommentaren. Werd auch du einen Teil unserer Instagram, Telegram, TikTok-Seite, in diesem Sinne und rein, Leute. Und wie es weitergeht, das erfährst du täglich hier. Wir sind die Krypto-Jünger und das ein Leben lang. Die XRP-Armee wird kämpfen bis zum Untergang, bis dass die letzte Wallet ihren letzten Coin verbrennt und unser Kurs sich wie Phönix von der Arsche trennt.